moin leute willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal das ist der finale video in den jahr 2021 in diesem video habe ich subs und bits gespendet und jetzt viel spaß mit diesem video ich dürfte jetzt alle besitzen ja muss sagen ich komme nie klar mit steve ja ich auch nicht so wirklich weil steve ist halt ein ziemlich komplizierter charakter und wenn man halt nur so ab und zu smash spielt nur alle zwei wochen in streams wie ich dann ist ja auch zu kompliziert mega ultra kombo attacke und peter haut 10 nicht 10 100 bits raus dankeschön vielen dank für die bits mega ultra mega ultra kombo attacke und peter haut auch noch ein giftes ab raus nämlich scheiße nämlich an julian dankeschön peter und julian ich hoffe du freust dich weiß vielen vielen dank mega und da was denn los kombo attacke und peter haut nochmal zwei sub geschenke raus dankeschön peter mega mega ultra kombo attacke und peter haut noch mal ein sub geschenk aus vielen vielen dank peter an mistris diesmal danke peter ich hoffe du freust dich auch wenn du gerade da sein solltest mega oh mein gott ultra kombo attacke mega ultra kombo attacke danke peter so jetzt ich wollte nur nicht währenddessen die ganze zeit reden während die musik kam danke nochmal peter monimo hast du einen abo geschenkt vielen vielen dank peter ich hoffe monimo du freust dich danke peter echt nice mega ultra kombo attacke mega ultra kombo attacke das war es doch noch nicht ganz nochmal 100 bits von peter ok ist gut für heute ok aber wirklich vielen dank peter für deine unterstützung dankeschön und checken ok gut ich bin ich auch gar nicht erst mal aber ich habe vorhin nachgeschaut und bei mario party bin ich darf mega oh mein gott kombo attacke bin ich nach dem mit den meisten siegen also ich bin ein größter konkurrent ok die schlecht kann sein du hast wirklich einige male gewonnen oder dich auch gut angestellt einfach ja das level grad ist von bodo ja genau und danke nochmal peter für weitere 100 bits ich dachte gerade eben hast du geschrieben das wärs gewesen aber danke nochmal für weitere bits vielen vielen dank was steht auf dem grafstand des mathematikers damit hat er nicht gerechnet was sagt man zu benson wenn er vom schiff fällt benson über bord ok ich sollte glaube ich den stream langsam beenden bevor ihr alle noch schlechtere witzel auspackt ok dann würde ich also sagen was ist hier für diesen stream von mario maker 2 mit euren leveln zum letzten mal hier in diesem jahr aber im nächsten jahr wird mario maker 2 auf jeden fall zurückkehren keine sorge und der nächste stream dann genauer gesagt der allerletzte im jahr 2021 wird morgen kommen auch wieder um 19 uhr und zwar mit mario party superstars ich freue mich ein letztes mal mario party in dem jahr und auch überhaupt der letzte stream in dem jahr und da freue ich mich sehr drauf ich hoffe dass da einige von euch dabei sind wir feiern dann quasi schon einen tag vorher silvester oder so gemeinsam freue ich mich schon drauf ich hoffe dass da eben einige von euch auch zuschauen werden oder auch mitmachen werden am besten ok aber hiermit war es es dann und dann werden wir uns hoffentlich bei neuen videos oder auch neuen live streams wiedersehen gut also dann leute bis zum nächsten mal ciao